Meint er sie hier? Hat sie es verstanden? Karte. Und wir haben diesen Ort gefunden. Es fehlt also nur noch zwei Orte. Einer ist hier oben und der andere, wo war der? Hier. Bäh. Ich will erstmal hier weg. Bäh. Die Frage ist, Schatzi, wohin gehen wir? Gehen wir hier lang oder gehen wir hier hoch? Wo ist es nicht? Ich glaube, ich glaube mal hier lang. Hier ist Eis. Ich glaube, hier geht es wieder raus. Im Höhen. Was ist übrigens so? Einer. Wie einen? Ich glaube, die Karte. Nein, zwei. Einen. Hier ist einer und hier ist einer. Bist du schon durch? Hier sieben. Der ist hier oben. Sieben und zwei und fünfzig. Das ist hier. Und fünfundvierzig, vier und achtzig. Das ist fünfzehn. Oder fünfzehn. Das ist fünfzehn. Wenn das fünfundvierzig ist, ist das Ding im Wald. Dann ist es das hier. Ach so. Ja, dann geht es mal da hoch. Okay, sieben und zwei und fünfzig. Ich glaube, wir laufen gerade so. Okay. Wie läufst du? Ich glaube, ich laufe gerade hier. Wir sind hier entlang. Ich laufe gerade hier einen Bogen. Und dann müssen wir hier durch. Die Frage ist nur... Oha! Na, okay. Schauen wir mal. Es kann sein, dass das das letzte ist. Dass wir zuerst die 45 einsammeln müssen. Und dann kommt eine Brücke. Ah, aber ich weiß, dass der dunkle Waldbaum ist das. Meist das, der letzte? Weiß nicht. Ich glaube auch, dass du es nicht weißt. Das heißt, hier einmal durch. Und hier kommen wir nicht weiter. Oder doch? Mist. Oh, oh. Ich glaube, ich verfranse mich hier gerade ein bisschen. Ach, hier waren wir schon. Okay. Das heißt, hier kommen... Es sind auch wieder irgendwo Viecher. Ja. Hier kommen wir nicht weiter. Ich gehe wieder da und dann geht er hoch und vorne. Ich ursprünglich dann weiter. Okay. Ah, ja. Aber schau mal, die Viecher sind weg. Nachdem wir das aufgesammelt haben. Ah, hier hätten wir auch hoch können. Wir hätten hier rechts reinkrabbeln können. Nur nicht hier in der Mitte durch, glaube ich. Na gut. Okay. Ich habe mich geirrt. Was? Bäh. Bäh. Okay. Hier einmal nach oben. Ähm. Geweckt, wie ekliges Viech. Ah, und hier kommen wir raus. Die Frage ist nur, wo. Ich glaube, ich weiß, wo. Ne, ich habe keine Ahnung, wo. Da oben brennt's. Boah, da solltest du hochkommen. Ich glaube, das ist so eine Feuerstelle, Schatz. Da muss ich für runter. Ja, wir können runter. Und dann halt irgendwie auch so runterlaufen. Und dann hier hoch und dann nach links, glaube ich. Ja, das wäre recht gut. Da könnten wir uns da hin passen. Ja. Bitte. Hey. Wird gespeichert. Wir haben's. Juhu. Okay. Also dann Karte und die Feuerstelle ist hier. Du musst jetzt quasi wieder runter. Und nach links. Und dann rechts. Also quasi hier runter. Und dann entweder hier rein. Ja. Ich glaube, hier rein nicht. Obwohl, hier ging's rein. Und hier sind wir, glaube ich, den Abhang runtergerutscht. Hier haben wir den Zettel gefunden. Und dann sind wir hier weitergelaufen. Ich glaube, es gibt beides. Mal sehen. Warte. Also entweder hier durch die Höhle. Oder hier. Ne, du kannst doch gar nicht rein. Wie, da oben? Nein. Da unten? Ja. Okay, das heißt einmal hier lang. Wäh. Wäh. Oh, oh. Oh, ich dachte schon, ich bin... Wäh. Des Todes. Ich bin mal gespannt, was raus... Warte, bitte auf die Karte. Ähm. Ups. Ja. Alles gut? Ja. Aber jetzt weiß ich nicht mal, wo ich hinwoll. Hier, glaube ich. Äh. So. Nicht hier lang, sondern hier lang. Da hinten ist ja noch so ein Zettel leer, aber ich weiß nicht, ob du da rüberkuchen kannst. Äh. Ich glaube, da sterbe ich. Da muss ich hier alles rumlaufen. Warum ist meine Taschenlampe so dunkel? Das ist doch ein Feuermensch. Wir werden sehen. Hier unten geht's auch weiter. Aber ich glaube, ich laufe mal hier weiter. Ob es wohl mehrere Enden gibt? Was ist das denn? Ich glaube, hier komme ich runter. Und hier. Aber rauf komme ich nicht mehr. Alter, es ist hier dunkel. Verfassen. Buh. Welchen Ausgang nehmen wir? Hier ist ein Fluss. Wenn man unten sogar das Wasser sieht. Wie cool. Äh. Ich hab mich hier voll verlaufen. Oh nein. Höhlen sind fies. Was sind wir denn jetzt? Hier. 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 Hier glaube ich. Wir sind jetzt hier. Hier am Ausgang. Am See. Und hier können wir jetzt nach oben. Ich glaube, wir sind richtig. Bäh. Bäh. Die Frage ist nur, wo geht's jetzt hier weiter? Also, ich laufe gerade den See entlang. Ich glaube, hier lang. Und ich glaube, ich laufe falsch rum. Oder? Alles möglich. Ähm. Komme ich hier wieder raus? Bäh. Ist hier richtig eng. Äh. Komme ich hier wieder raus? Komme ich hier raus? Komme ich hier raus? Ähm. Nee, immer rechts halten. Hier? Äh. Wissen. Ich hab mich verlaufen. Aber hier kommen wir, glaube ich, hoch. Ich geh mal hier nach oben. Ich bin. Sie haben schon einen Baum. Was ist das für ein Baum? Ich bin da vor. Was? Ich bin da vor. Ich habe total die Orientierung verloren, verdammt. Warte mal, bleiben wir stehen. Karte. Karte. Hier. Hier hoch und hier ist es dann, okay. Wer ist mir? Hallo. Guten Tag. Ich weiß nicht. Was? Ich weiß nicht, ob ich zu dem kommen will. Okay, einmal hier drüber. Oh, oh, falscher Knopf. Und hier rein müssen wir... Was ist mit Schatz? Äh... Glaube ich noch richtig? So, kleines Höhlensystem. Hier, glaube ich. Und dann einmal im Kreis. Okay. Äh... Oder? Bedeutet, dass ich bin falsch gelaufen? Ich wollte zu den Bränden. Verdammt. Hier ist Feuer. Hier geht's hoch. 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 Die Frage ist nur, wie kommen wir hier rein? Vielleicht, wenn man hier so drüber läuft... Kommt man dann hier irgendwie nach oben? Bäh! Äh... Nein! Schau mal auf die Karte. Karte. Ja, Sekunde, warte mal. Du mal... Wo sind wir denn hier jetzt? Hier sind wir weitergelaufen, glaube ich. Einmal hier durch, oder nicht? Oh, oder es ist diese Brücke hier. Weißt du was? Wo bist du denn? Genau. Wo komme ich hier nicht? Also entlanglaufen. Warte. Hast du denn runter? Und... Nein Gott. Ja. Ich kann da nicht runter. Du wolltest doch wieder nur weiterspielen. Nein! Frau! Wie fies. Oh man! Ein falscher Schritt! Nein! Ich wollte doch nur, dass du guckst und nicht gleich hinläufst. Wenn man auf eine Frau hört, dann passt jetzt sowas. ich wollte nur dass du guckst ich habe ein bisschen zu mir zu schmussen nein weiß wie fies wo wir jetzt von auftauchen werden ja da darfst du dann wieder hin finden findest tja viel spaß